Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 31. Januar 2023. Du hörst hier die Geek Talk Daily 1309 an. Heute mit den folgenden Themen. MacBook, Apple Pencil, Alibaba, One Password, Microsoft oder ja, vorher noch MyFritz App und dann zum Schluss Microsoft. Ich würde sagen, wir stürzen uns gleich in die Themen. Zum MacBook Pro 2023 gibt es jetzt ein Teardown. Nicht von iFixit, wie man es so natürlich kennt und meistens auch erwartet, sondern von Apple selbst. Es gibt nämlich die offizielle Reparaturanleitung aus dem Hause Apple. Und die zeigt im Detail, was in diesem Gerät drin ist, wo die einzelnen Teile verbaut sind. Extrem spannend, sich das mal im Detail anzuschauen. Und auch wie man das auseinander bekommt. Welche Schrauben, welches Werkzeug und was auch immer du dafür benötigst. Und wie du zum Beispiel die speziellen Tasten wegklippst, damit da nichts kaputt geht, wenn du die wegklippst. Und so weiter und so fort. RAM tauschen und so weiter. Nee, RAM natürlich nicht, aber andere Teile tauschen, die man dann eben möchte. Wie gesagt, es lohnt sich auch als rein technikbegeisterter Mensch da mal reinzuschauen und die detaillierten Fotos sich anzusehen und zu sehen, was man hier alles so machen kann. Gefällt mir. Weiter geht's mit dem Apple Pencil. Und der ist zumindest in Europa im Preis gesunken. Nicht bei uns in der Schweiz. Da kommt hoffentlich die Anpassung noch. Bei uns, oder besser gesagt in Deutschland, kriegt ihr mittlerweile den Apple Pencil ab 111 Währungseinheiten. Das ist natürlich nicht schlecht, wie ich finde, dass Apple hier den Preis auch wieder mal ein bisschen in die andere Richtung drückt. Weiter geht es mit Alibaba und die kennen einige von euch wahrscheinlich mit Alipay, der Bezahllösung oder diesen ganzen Online-Shop-Geschichte. Es ist ja das Amazon Chinas, wie man so schön und immer wieder sagt. Aber dass die so riesig und gigantisch sind, das haben nicht allzu viele von euch da draussen wahrscheinlich auf der Kappe. Einzelne Abteilungen, wie zum Beispiel die Tochtergesellschaft, welche sich um Mikrokredite und Online-Banking kümmert, ist 150 Milliarden US-Dollar wert. Also so viel wie sonst kaum überhaupt ganz andere grosse Firmen. Also da ist wirklich ein Riesengigant, der da rumgurkt. Und die möchten sich jetzt verstärkt im Bereich des Autos fokussieren und haben da auch schon erste Zusammenarbeiten. Zum einen haben sie eigene Autos, die sie mittlerweile auf den chinesischen, aber auch auf den internationalen Markt bringen möchten. Und sie haben auch die Möglichkeit, jetzt mit BMW zusammenzuarbeiten. Da wird fleissig in einem Technologiezentrum in Shanghai geforscht. Finde ich schon sehr speziell, da eigentlich die deutschen Autohäuser immer gesagt haben, wir möchten da nicht so abhängig sein von den Amerikanern, sprich Apple und Google. Und jetzt legen sie sich mit den Chinesen ins Bett. Sehr speziell. Aber man muss natürlich auch immer sehen, und das sieht man auch bei Tesla sehr gut und aber auch bei Apple. China ist natürlich das grösste Land mit den umfangreichsten Menschen. Und da lässt sich natürlich einiges holen, wenn man da nicht irgendwie plötzlich überholt wird. Aber wir werden sehen, wo das da weitergeht. Noch mehr Neuigkeiten gibt es von OnePassword. Und da gibt es nämlich ein macOS Update. Ich hoffe, dass es bei Windows bald auch kommt. Der hilft LastPass-Nutzenden einfach zu wechseln. Wer mit LastPass unterwegs ist, weiss vielleicht, oder ziemlich sicher, oder hoffentlich, zumindest wenn er diesen Podcast hört, dass das nicht so eine geschickte Idee ist. Denn die haben aktuell sehr, sehr grosse Probleme. Und können auch relativ schlecht kommunizieren über Dinge, die ihnen leider passiert sind. Deshalb ist so eine Importfunktion natürlich nicht verkehrt. Weitere Neuigkeiten gibt es von AVM, dem Berliner Netzwerkgerätehersteller, der unter anderem durch die Fritzbox bekannt ist. Und die haben ein Update online gestellt von der MyFritz-App. Und ich dachte zuerst, hä, das habe ich ja schon. Liegt daran, dass ich natürlich die Beta der App nutze und das schon ein bisschen länger auch somit testen kann. Was ist neu mit drin? Sind Neuigkeiten in der Optik, Neuigkeiten für die MyFritz-NAS-App, also für die MyFritz-NAS-Anbindung. Und auch einfacheres Mögliche oder besser gesagt Push-Notification wurden überarbeitet, sodass du immer siehst, wenn Updates reinkommen, wenn jemand anruft, ein Anrufbeantworter reagiert hat, ein neues Gerät ins Netzwerk kommt oder irgendein Smart Home Gadget irgendwas Neues verkündet. Das gefällt mir und lässt sich nur sagen, wer es noch nicht hat, sollte es sofort installieren. Und zu guter Letzt ging es heute online. Microsoft Basic 365, was ist das? Das ist das, was man eigentlich dachte, weshalb braucht man das jetzt noch? Die Microsoft 365 Abos sind ja sonst schon spannend, vor allem wenn man so die Familienabos anschaut, wo man für um die 50, 60 Währungseinheiten schon das Komplette für sechs Personen bekommt, mit jeweils 1 Tera Speicherplatz in der OneDrive und so weiter und so fort. Aber nein, Microsoft hat da noch nachgeschmissen. 1,99 Dollar mit 100 Giga in der Cloud und die Nutzung für eine Person, jeweils am Mac, am Android oder am iPhone. Und ein paar Features, die erst im Laufe des Jahres dann dazukommen. Mal schauen, wer das da mit aufspringt und ob da Microsoft noch ein paar mehr Kunden mit abholen kann, mit so einem günstigen Abo. Wir werden es sehen. Ha, ich könnte ja mal… Ne, ich lasse das. Genau. Das war es mit den Neuigkeiten zum heutigen Tag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.